»Das zentrale Telefon des Kulatoriums ist ein Superphone. Es entlarvt jede Lüge sofort, weil es die Gedanken des Anrufers lesen kann. Also baten wir es um eine Übersetzung von Müller Pieps Gestammel. Tja. Und dann hörten wir Müller Piep noch einmal. Diesmal aber sprach er Klartext. Von wegen Supersonnencreme und Urlaub im Hotel. Die Regierung wurde tatsächlich erpresst. Und wie?« »Helfen Sie uns!« krächtste Mü Piep. »Der Superschurke Rupert von Rafzan plant was total Schlimmes, wenn die Regierung ihm nicht ihr gesamtes Gold überlässt. Rafzan hat einen berühmten Wissenschaftler entführt. Mit dessen Hilfe hat er eine Maschine gebaut, die alle Gletscher und alles Eis auf den Bergen von Transfrostistan, Großpistazien, Minotaurien und Siebengebirgien schwelzen lässt. Millionen Menschen werden ertrinken. Wir wissen absolut nicht, wo sich Rafzan versteckt hält. Er lebt in einer geheimen Festung. Mehr haben wir nicht herausgefunden. Wir können auch nicht sagen, wie seine Schmelzmaschine funktioniert. Sie müssen ihn finden. Hilfe! SOS! Schon morgen, zwölf Uhr mittags, läuft das Ultimatum ab. »Wenn wir bis dahin nicht alles Gold in den Talkessel von Cataracactus unter dem Gipfel des Monte Flutsch geschafft haben, wird eine Flutwelle große Teile der Welt überschwemmen.« »Rafzan«, meint es ernst. »Vor wenigen Tagen erst hat er uns eine Warnung geschickt. Am Berg Krakoma Tarko gab es eine Überschwemmung. Zum Glück kam niemand zu Schaden. Denn niemand lebt dort. »Wir müssen davon ausgehen, dass er seine Drohungen jederzeit wahrmachen kann. Beilen Sie sich!« Ende des Gesprächs. Müllerpiep tickt wohl nicht richtig. Nudel dampfte vor Wut. »Es ist immer dasselbe. Der Geheimdienst weiß nicht weiter, will's aber nicht zugeben. Jedes Mal machen die auf Risiko mit Raketenantrieb und gefährden Menschen. Bloß weil sie zu feige sind, zu sagen, dass sie total auf dem Nudelholz stehen.« »Exactly«, rief ich. »Wir müssen diese Überschwemmung verhindern und Rupert von Rafzahns Festung finden. Wir«, plötzlich wurden wir unterbrochen. »Katastrophe! SOS! Sie haben ihn entführt! Es ist hoffnungslos! Ich kann ihn nicht finden!« Das war Chip. Seine Stimme klang schlimm. Nudel und ich drehten uns um. Käsebleich stand Chip da, mit Tränen in den Augen. »Ach, du schokoladenähnliche Substanz aus den rückwärtigen Regionen verdauungsfreudiger Säugetiere! Ich wusste sofort, was passiert war. Der Wissenschaftler, den Rupert von Rafzahn entführt hatte, der Mann, dessen Maschine die katastrophale Überschwemmung auslösen sollte, dieser Mann hieß Johann Nepomuk von Seidel, Chips Vater.« »Katastrophe!« Vielen Dank.